Wie ist die zweite Schwangerschaft für Chrysanthi Kavasi, 34? Vor wenigen Wochen überraschten die GZSZ-Darstellerin und ihr Mann Tom Beck, 45, ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten. Sie erwarten Nachwuchs. Und vier Jahre nachdem ihr erstes Kind, ein kleiner Junge, das Licht der Welt erblickt hat, ist die Schauspielerin erneut schwanger. An die Schwangerschaft und die damit einhergehenden Symptome muss sich Chrysanthi aber erstmal wieder gewöhnen. Jede Schwangerschaft ist anders. Meine letzte ist schon vier Jahre her. Irgendwie fange ich wieder bei null an, meint die 34-Jährige im Interview mit RTL Wipstegram. Nach und nach könne Chrysanthi sich aber an Dinge aus ihrer ersten Schwangerschaft erinnern, die sie mit den Jahren vergessen habe. Es ist dann so. Ach ja, man ist sehr müde und einem ist vielleicht auch mal schlecht. Aber man meistert es. Wie jede Schwangere kriegt man den Tag rum und ist dann doch froh, wenn man abends im Bett ist. Womit die Schauspielerin schon bei ihrem ersten Kind zu kämpfen hatte? Schwangerschaftsdemenz. Ich bin überall und nirgendwo, scherzt Chrysanthi. Bei den Dreharbeiten für GZSZ habe sie deshalb manchmal Probleme, sich den Text zu merken. Außerdem sei ihr oft übel, das merke sie auch bei der Arbeit. Ich bin überall und nirgendwo, scherzt mich.